Hallo, es ist 17 Uhr. Willkommen zu unserer heutigen Live-Session. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Pfingstwochenende, konntet ein bisschen was tun, lettern, schreiben, Buchstaben genießen. Heute ist es wieder soweit zu unserer gemeinsamen Stunde. Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen zu meinem Ankündigungsvideo. Jetzt wisst ihr mal, wie es bei mir tagtäglich zugeht. Ich schnipse und bekomme gleich ein Glas Sekt. Tja, Künstler müsste man sein. Ich habe mir überlegt für heute, dass wir nochmal unsere Balzerhölzer ausprobieren. Das kam ziemlich gut an, vor zwei Wochen. Da gibt es natürlich noch jede Menge Sachen zu lernen. Da passt super dazu, mit was wir letzte Woche abgeschlossen haben. Das war ja unser Projekt von der letzten Woche. Und ganz am Schluss haben wir den Autor von unserem Text dazu geschrieben, Jean-Paul. Und diese Blockschrift möchte ich heute kombinieren mit dem Balzerholz, Farbverlauf machen. So soll das aussehen. Ich zeige euch das mal kurz. Das wird unsere Arbeit heute. Es hieß in der Ankündigung mal, Sommer ist das Thema. Sommer ist das Thema, weil das Wort Flower vorkommt. Heute wird unser Text mal Englisch von John Lennon. Weil vor allem geht es um Liebe. Das finde ich ist gerade was, was in der ganzen Welt gebraucht wird. Respekt und Liebe. Deswegen schreiben wir das auch, auch unter dem meditativen Aspekt, weil Worte was mit uns machen, wenn wir sie schreiben. Okay, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich zeige euch noch, wie mein Bullet Journal heute ausschaut. So habe ich das vorbereitet. Wir fangen an mit der Kallispitze beim Kalli-Brush und machen diese Art von Blockschrift. Zeige ich euch. Und das hier ist auch noch Kalli-Brush. Wegen der Größe war es einfacher. Die Art, die wir dann fürs Balzerholz benutzen können. Beides mit dem Kalli-Brush üben. Wir steigen jetzt erstmal ein mit dieser kleinen Blockschrift. Ihr braucht einfach nur ein Stück weißes Papier und euer Linienblatt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das mache ich jetzt mal. Ich nehme mein Übungs-Bullet Journal her, weil das hat ja die schönen Punkte. Also ob Linien oder Punkte, funktioniert beides wunderbar. Denn, wie ist das denn mit diesen kleinen Blockbuchstaben, die sich super kombinieren lassen zur Schreibschrift und mit allerlei Lettering-Projekten. Wenn ich nicht weiß, welche Größe ich benutzen soll. Blockschrift heißt ja schon mal, muss ein bisschen gedrungen sein. Dann macht, wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, nehmt euren Stift. Ihr seht die Stiftbreite 2 mm und zeichnet euch die Stiftbreite an. Dazu müsst ihr den Hochkant nehmen. So, so breit ist mein Stift, wie wenn ich quer ziehen würde. Und wenn ich jetzt mal 2, 3, 4 mal die Stiftbreite anzeichne, dann habe ich eine ganz gute Schriftgröße. Das ist das eine, was ich brauche. Dann das nächste, was ihr wissen müsst, wie halte ich meinen Stift eigentlich. Zu dieser Art von Blockschrift halte ich den Stift flach. Das heißt, es ist ein Stiftwinkel von 0 Grad, weil, wenn ich jetzt einen senkrechten Strich nach unten mache und mit der gleichen Stifthaltung einen Strich seitlich, dann ist es, sagt man, 0 Grad Stiftwinkel. Und es bedeutet, die senkrechte ist fett und die waagrechte ist dünn. Das ist das Prinzip. Und diesen Wechsel von dick und dünn ist genau das, was wir jetzt gerade haben wollen. Unser Text ist, wie gesagt, von John Lennon und er heißt Love is the flower you've got to let grow. Und weil wir alle zustimmen, probieren wir es gleich mal mit love. Das ist unsere Schriftgröße. Ich setze hier gleich mal an. L ist denkbar einfach, weil es besteht genau aus den beiden Zügen. Ihr könnt direkt auch mitmachen. Ich gehe senkrecht nach unten und gehe waagerecht. Ganz simpel. Und damit dieses L einen Hauch mehr Leben bekommt, bin ich nicht allzu streng, sondern ich gebe der senkrechten einen leichten Twist, ganz leicht. Und auch das Füßchen darf einen leichten Twist haben. Also das ist die ganze Range, damit die Schrift dann lebendig ist. Denn jetzt mache ich das O dazu und auch da nehme ich den Stift einfach flach. Das ist die eine Hälfte. Und dann, weil ich nicht schieben muss, mehr Spaß macht es, wenn ich von oben nach unten ziehe. Das O. Dasselbe gilt fürs V. Und da habe ich zweimal den Stift flach. Und beim E denkbar einfach, flach, flach, einfach die Stifthaltung immer gleich lassen. Das ist das Grundprinzip von dieser Blockschrift. Ich gehe mal in die nächste Zeile. Jetzt zoome ich einen Hauch aus. Ich kann die Buchstaben mit etwas mehr Buchstabenabstand schreiben oder sie berühren sich. Das findet ihr für euch raus, wie es euch besser gefällt. Ein Hauchgröße darf es sein. Wenn ich mir nicht sicher bin, beim Üben kann ich jederzeit meine Anstriche hinmachen. Jetzt weiß ich, wie hoch meine Schriftgröße sein muss. Love haben wir schon geschrieben. Es ist einfach auch, also es ist nur ein senkrechter Strich. Ich mache immer gern nach rechts ein kleines Füßchen und nach links ein kleines Füßchen. Hauch zart. Und es ist nichts weiter, wie ich setze flach an. Es ist fertig. Oder als kleinen Abschluss, Köpfchen, Füßchen, kleiner Strich senkrecht. Is the flower. T, denkbar einfach. Senkrechte, Waagrechte. Und auch da es darf ein leichtes Leben haben. Und ihr seht jetzt schon die Verwandtschaften. I ist eine Familie, T gehört dazu und H gehört auch dazu. Und beim H seht ihr auch, wenn ich jetzt das T so senkrecht mache, dann mache ich das H daneben. Das geht etwas nach links raus. Und das rechte Beinchen lasse ich etwas nach rechts rausgehen. Und den Querstrich, Stifthaltung flach, mache ich etwas unterhalb der Mitte. Und dann setze ich das E dazu. Und auch dem gebe ich jetzt einen leichten Bogen. Und dann geht das Füßchen leicht nach rechts oben. Mittelstrich. Köpfchen. Köpfchen lasse ich ein bisschen nach links rausgehen. Is the flower. F, gleiche Familie. Ihr seht schon. Querstrich dünn. Querstrich dünn. Das F ist wieder sehr gerade. Deswegen gebe ich dem L, das danach kommt. Leichtes Spiel. Ihr seht, es lehnt sich etwas ans F hin. Und dann mache ich das O dazu. Und auch beim O ist so eine kleine Spielerei vielleicht, dass es nicht geschlossen sein muss. Eine weitere, ich zeige das mal in der Zeile, Variation wäre, dass ich das O linke Seite dick mache. Und den zweiten Strich dünn mache. Das ist auch diese Abfolge von dick und dünn. Okay. Dann, weil ich genau das Gleiche mache, ich nehme ich beim W. W beginne ich. Flacher Stift. Leichter Bogen. Und mache den zweiten Strich. Sonst wären es ja vier dicke Striche. Dünn. Dick. Dünn. Und dann lehne ich mal das E direkt ans W hin. Dünner Strich. Dünner Strich. Dünner Strich. Ich glaube, so etwas zu machen, will die Hand vielleicht nicht so einfach. Das ist etwas, was man lernen muss. Sieht einfach aus. Aber es steckt schon sehr in uns, dass wir schöne gerade Striche machen. Deswegen gerade Strich fürs R. Und dann machen wir Stift. Halten wir flach fürs Köpfchen. Und dann können wir auch variieren. Weil wenn ich den Stift normal nehmen würde, wäre hier auch ein dicker Strich. Ich gehe auf die Spitze vom Cali Brush und mache ein dünnes Füßchen. Okay. Flower. You've got to let grow. Ich gehe mal in die nächste Zeile. Wenn ich immer noch ein bisschen unsicher bin. Wir üben ja. Eins, zwei, drei, vier. Und das ist wirklich gut, auch als Einschreibübung. Bevor ihr auf das schöne Papier geht. Ganz gemütlich. Übungsblatt. Oder eben dieses Übungsbuch. Und da kann ich mich aufwärmen. You've got to grow. Y. Bogen nach rechts. Dann gehe ich wieder auf die Spitze. Dick und dünn. Und den Fuß vom Y gerade Strich nach unten. Dann machen wir das O. Machen wir es mal. Nach links dick. Dann könnt ihr absetzen. Und dann gehe ich auf die Spitze vom Cali Brush. Und ziehe dünn nach oben. Liebe Grüße aus Bonn. Vielen Dank. Liebe Grüße aus der Nähe von Bayreuth. So, wir brauchen ein U. Dick. Selbes Prinzip wie beim Y-Grad. Und ich gehe dünn hoch. Dann machen wir einen dünnen Strich für den Apostroph. V können wir schon. V beziehungsweise. Ich schwebe noch mal hier hoch. V haben wir hier. zweimal dick gemacht. Und jetzt machen wir dick und dünn. Hast du nicht letztes Mal fünf Kästchen für die Höhe gemacht? Jo. Fünf geht auch. Mir geht es heute um besonders blockig. Je niedriger, je weniger Stiftbreiten ihr das macht, desto blockiger wird die Schrift. Ich zeige das gleich hier oben nochmal. Passt auf. Also vier Stifthöhen sind so. Einer dazu sind zwei Millimeter mehr. Ja. Ja. Das heißt, bei vier ist mein L so. Und bei fünf ist es einfach schon so groß. Okay. Das ist die Spielwiese. Ihr könnt ruhig auch mal ausprobieren mit nur drei Stiftbreiten. Da wird es dann wirklich klein. Das ist bei einem Buchstaben wie L noch kein Problem. Aber wenn ich dann da AS reinkriegen muss. Wisst ihr, seht ihr? Wird es hier unten schon schwierig. Da muss ich schauen, dass ich hier schön einbiege und solche Sachen. Das ist die Spielwiese, die ihr habt. Okay. Deswegen heute mal. Ich bin so frei. Vier Stiftbreiten. Ey, hallo für eure Grüße. Es ist super, dass ihr dabei seid. Achtung. So. Ich schwebe wieder runter zu Youth. Uns fehlt noch das E. Auch das lehne ich hier mal wieder nach links an. Denn es geht ja um Liebe. Klar hängen die alle zusammen. Gut to let grow. So. Das G ist mein Lieblingsbuchstabe. Passt auf. G ist nichts weiter wie halbes O. Und dann gehe ich auf die Spitze und kringle einfach hier ein. Und dann versuche ich nicht das hier zu verlängern. Sondern, also ich finde, wenn ich es so anschaue, fehlt etwas. Und dann mache ich hier wie beim S einfach so einen kleinen Stich dazu. Das O, sehr gut. Gleich im Vergleich dazu. Dick. Dünn. Dick. Dünn. Und dann T. Dick. Dünn. Und ihr seht, wie bequem das ist, weil die Hand keine großen Wechsel hat. Dünn. Dünn. Jetzt gehe ich mal in die neue Zeile. Let grow kommt noch. Zwei. Drei. Vier. L. E. T. Und dann kommt noch ein schönes G. Nochmal. Halbes O. Dann gehe ich auf die Spitze, kringle das hier ein. Und dann gebe ich dem einfach noch ein kleines Köpfchen. R hatten wir auch schon. R-Kopf. Dann auf die Spitze und rausgehen. O. Eins. Und dünn nach oben. Und das W auch nochmal. Dick. Bin ich noch drauf? Ups. Ja, ich werde das, wenn ich keinen falschen Knopf drücke, das Video wieder speichern. Und es kommt dann auf YouTube und auf der Website. Völlig richtig. Ja, falls es nicht alle wissen, muss ich euch mal sagen, warum ich manchmal auf die Uhr achte in der zweiten Hälfte des Kurses, ist, dass Instagram Videos stoppt nach einer Stunde. Man kann also nicht länger senden oder aufnehmen. Das ist der einzige Grund. Und es gibt so viel, was ich euch zeigen will. Deswegen dick, dünn, grow, fertig. Jetzt zoomen wir mal aus. Love is the flower you've got to let grow. Okay. Das ist wirklich simple, aber simple Blockschrift, würde ich mal sagen. Wie gesagt, heute vier Stiftbreiten Größe, weil es wirklich schön blockig sein soll. Das soll klein, aber gewichtig sein. Es ist simpel, aber es macht was her und zwar durch den Wechsel von dicken und dünnen Strichen. Und das gleiche Prinzip benutzen wir jetzt für das Balserholz. Ich habe mir das folgendermaßen in meinem Bullet Journal notiert. Das, was wir gerade gemacht haben, war das hier, Stiftwinkel 0 Grad. Ich nehme den Stift flach und lasse ihn flach. Und was wir jetzt probieren mit dem Balzerholz, ist den Stift bzw. das Balzerholz zu drehen. 0 Grad, dann sind die Senkrechten dick. Und wenn die Waagerechten auch dick sein sollen, dann muss ich auf 90 Grad drehen. Okay? Oder ich kombiniere. Machen wir alles jetzt. Das Balzerholz kommt in zwei Größen in dem Set. Jetzt zoome ich etwas aus. Ich nehme jetzt mal das schmälere. Das ist ein ganz federleichtes Hölzchen. Ihr seht schon, dass es viel benutzt, das quasi aus Kabylaren besteht, die besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen. Das Holz saugt praktisch die Feuchtigkeit bzw. die Farbe, Tinte nach oben. Tinte ist besonders wichtig. Ihr solltet keine dicken Farben nehmen, also wie Acrylfarbe oder sowas, bzw. wasserfeste Farben. Die würden diese Kabylare verstopfen. Das ist wichtig. Okay? Ich benutze als Papier jetzt ein Zeichenpapier. Das ist die Hausmarke vom Gerstegger. Wichtig für euch, die wichtige Info für das Papier. Anstatt dem Layoutpapier, das ja nur so 70-75 Gramm hat, habe ich jetzt ein Papier mit 120 Gramm. Also ein Aquarellpapier würde genauso gehen. Okay? Ne, das kann man nicht mit dem Calibush machen. Das ist ein ganz anderes Schreibgerät. Wenn du sowas noch nicht hast, dann einfach zuschauen und genießen. Das ist eine ganz neue Technik. Sehen und staunen. Okay? Was wir als zweites dazu brauchen, ist Tinte. Jetzt zeige ich das mal auf diesem Extrablatt. Der Vorteil von dem schmäleren Balzerholz ist, dass er direkt ins Glas geht. Wenn ich das breite Balzerholz nehmen würde, dann würde ich einen Pinsel zur Hilfe nehmen. Okay? Balzerhölzchen tauche ich einfach... Ich mache immer mit meinen Balzerhölzen folgendes. Ich nehme eine Seite für die warmen Farbtöne, eine Seite für die kalten Farbtöne. Dann vermischt es sich nicht so. Obwohl man die Balzerhölzer... Das sieht jetzt gerade nicht so aus, aber sehr gut wieder sauber bekommt. Also dieses hier sieht nicht so aus, aber es ist sauber. Ich tauche etwas. Das werden wir gleich sehen, wenn ich es jetzt ausprobiere. Womöglich habe ich euch angeschwindelt. Das sehen wir jetzt. Aber es gibt meistens aufregende Farbkombinationen. Okay. Im Prinzip, wenn ich es jetzt so hinhalte, ist es nichts anderes, wie wenn ich... Moment. ...meinen Cali Brush so halte. Spitze ist das Gleiche. Es ist nur ein breiteres Schreibgerät. Okay? Also die Möglichkeit wäre natürlich, wenn ihr die Buchstabenformen jetzt üben wollt, dann nehmt die Kallispitze vom Cali Brush. Aber ihr müsst natürlich kleiner schreiben. Okay? Da gilt auch wieder die vier Stiftbreiten. Von den Zügen her könnt ihr jetzt das Gleiche machen. Das stimmt natürlich. Von den Zügen her gilt nämlich auch hier, wie gehabt. Das wissen wir ja alle. Eins, zwei, drei, vier. Das ist das Balzerholz. Und im Vergleich dazu, wo ich mit dem Cali Brush bin, ist eins, zwei, drei, vier. Und der Größenkontrast, das ist das, was wir für heute wollen. Jetzt mache ich hier mal ein L hin und ein O. Und dann machen wir im Vergleich mit dem Balzerholz das Gleiche. Ich nehme es flach und ich rutsche etwas rüber. Und ich gebe dem eine leichte Bewegung. Und jetzt will ich einen fetten Buchstaben haben. Das ist, was ich meine. Jetzt wechsle ich auf senkrecht. Und dann habe ich hier auch einen fetten Fuß. Okay? Dann gleich mal etwas knifflig ist, wenn ich jetzt ein O machen will, das durchgängig fett ist. Das probieren wir jetzt mal aus. Es gibt Alternativen dazu. Jetzt habt ihr schon gesehen, ich drehe mein Blatteck etwas, gehe hoch. Wenn das hier oben fett sein soll, muss ich ja drehen auf 90 Grad. Und ihr müsst auf die Innenfläche vom O schauen. Da gibt es jetzt noch nichts zu sehen. Ich ziehe rund. Übt nicht zu viel Druck aus. Aber jetzt schaue ich schon auf die Innenfläche. Jetzt gehe ich so weit rum. Wie es meine Hand mitmacht. Jetzt setze ich ab, sonst bricht mir das Handgelenk. Deswegen ist es auch so aufregend. Jetzt gehe ich da oben hin. Drehe mein Blatt etwas. Und ich schaue jetzt hier auf die Innenfläche. Ich gehe in meine Fläche rein. und ziehe hier raus. Und schaue in die Innenfläche, dass das rund wird. Rund wird, rund wird, rund wird, rund wird, rund wird. Jetzt drehe ich etwas. Und schließe hier, okay? Den Fehler, das wird nie perfekt, aber dieses unperfekte, rauhe, das ist genau das, was wir haben wollen. Okay? Den Fehler, den man macht, gerade beim O ziehen, wenn ihr an die Außenkontur hinschaut, dann wisst ihr nicht, wo ihr hingehen müsst, weil ihr manchmal unter der Hand seid. Wenn ihr hier reinschaut, dann, und euch konzentriert, dass das rund wird, dann wird es eher etwas, okay? Oder aber, das ist, was ich euch im Bullet Journal schon gezeigt habe, wir kombinieren flach und ich drehe nicht und habe auch ein fettes O. Okay? Das ist die Idee dahinter. Und das könnt ihr, wer jetzt Cali Brush hat, jetzt vergrössere ich mal, aber ihr seht schon, das ist ein massiver Größenkontrast. Und das ist super, okay? Wenn ihr im Vergleich dazu, Ups, ich gehe nach oben, senkrecht drehen, in die waagerechte, Dann, ihr könnt das Blatt etwas drehen, dann fällt es leichter. Ich drehe den Cali Brush immer mit dem Kreis mit, dann setze ich ab, drehe mein Blatt zurück, mache das in drei Zügen. Müsst immer schauen, dass das schön aufsitzt. Und dann drehe ich nochmal und schließe hier, okay? Und jetzt mache ich einmal, zweimal fettes V, und fürs E gilt dasselbe. Auch das E kann ich wieder ans V lehnen, eins, und dann ganz knapp über dem ersten Querstrich kommt schon der zweite, Weil es soll ja fett aussehen, okay? So, zoomen wir etwas aus für unsere Riesenbuchstaben. Da sieht man nochmal schön die Größenverhältnisse. Okay, die zweite Sache, die wir uns nochmal genau anschauen wollen, ist der Farbverlauf. Ich zeige euch das nochmal. Das ist meine Idee für euch. Ihr seht, dass links das Balzerholz rot ist, oder der Strich rot ist, rechts orange. Das zeige ich euch jetzt, wie man das macht. Das Orange und das Rot ist eine besonders schöne Kombination. Deswegen benutze ich das. Es würde aber auch mit anderen Farben gehen. Das ist etwas, was ihr ausprobieren könnt. Ich zeige euch das jetzt mal mit den Farben in der Kamera. Ich mache das immer so, dass ich zwei Pinsel direkt reinstecke. Für jede Farbe einen Pinsel. Ich habe, jetzt seht ihr schon, ich habe links einen Flachpinsel, rechts einen Spitzpinsel. Das sind beides abgenudelte Schriftpinsel aus meinem Vorrat. Also Pinsel werden ganz selten nur weggeschmissen, wenn ich sie zum Schreiben nicht mehr nehmen kann. Dann immer noch zum Farben mischen oder jetzt für hier was, weil dann kann ich die hier reinstecken und stecken lassen. Okay. So, jetzt nehme ich mal ein frisches Balzerhölzchen. Und das Prinzip ist folgendes. Ich nehme den Pinsel raus. Ich streiche ihn kurz ab. Dann nehme ich das Balzerhölzchen hochkant. Moment, wir rutschen alles noch ein bisschen, dass wir gut im Bild sind. Und dann auf dem halben Balzerhölz streife ich jetzt das Orange ab. Und da könnt ihr seitlich schon sehen. Seht ihr, wie das nach oben zieht? Ich brauche nicht riesig viel Farbe. Das zieht nach innen weg. Wegen Tropfen braucht ihr erstmal keine Angst haben. Das gleiche mache ich mit dem Rot. Seht ihr schon, wie die sich auch miteinander mischen? Das Rot ist immer kräftigere Farbe wie das Orange. Und dann gehe ich, da zieht es nach hinten. Und dann gehe ich runter. Jetzt machen wir hier neben dem kleinen Love. Ich nehme flach und dann ziehe ich. Und dann habe ich so einen Farbverlauf. Lila und Dunkelgrün ist auch eine mega Kombi. Wonderful. Freut mich zu hören. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe mich einfach nur für Rot und Orange entschieden. Weil Kneippfarben gut vor der Kamera. Und Love verlangt nach Rot und Orange. Gerade wenn ich den Farbverlauf aufzeigen will. Das ist der einzige Grund. Aber da gibt es wirklich, da kann man rumspielen. Okay. So, dieser Verlauf ist es. Und dann tanke ich nach. Jetzt seht ihr hier, jetzt zoome ich mal ein. Im Vergleich zu der Farbfläche daneben. Das war jetzt ein ganz neues Hölzchen. Noch nicht feucht. Das heißt, es zieht die Farbe stark nach innen weg. Weil da noch gar keine Feuchtigkeit ist. Ihr seht da immer noch, wie sich das nach hinten zieht. Dann ist der Strich relativ trocken. Und dann reißt es hier so ab. Wenn ich jetzt da L machen würde, würde ich neue Farbe nachtanken. Damit der wieder etwas kräftiger wird. Aber ich persönlich mag das sehr gern, wenn das hier so abreißt. Das ist meine persönliche Vorliebe. Wenn ihr das deckender haben wollt, füllt ihr mehr Farbe ein. Okay. Jetzt zeige ich euch noch das Reinigen. Das ist mein Riesen-Wasser-Kübel. Moment. Gerade war nur Wasser im Bild. Jetzt hole ich mir mal ein Küchentuch. Nehme ich jetzt nur, um euch das zu zeigen. Du hast die Pinsel in der Farbe stehen. Ich dachte, das ist schlecht für Pinsel. Die Pinsel, die ich gerade benutze, sind abgenudelte Schriftpinsel. Die meisten Leute würden die jetzt wegschmeißen, weil sie sie nicht mehr benutzen können. Die haben vorne keine schönen Spitzen mehr. Deswegen lasse ich die drin stehen. Okay. Überhaupt kein Problem bei alten Pinseln. Und zweitens ist es kein Problem, weil es ist ja nur Tinte. Tinte ist wasserlöslich. Die kann ich ohne Probleme dann sauber machen. Schwierig wäre es bei wasserfester Farbe, wenn sich das nach innen zieht. Aber mit Tinte ist es eh kein Problem. Und wie gesagt, es sind alte Pinsel. Und es ist praktisch. Das ist natürlich der wichtigste Grund. Es ist praktisch. Ich muss nicht ständig hin und her händeln. Und es ist auch praktisch, dass ich zwei Pinsel habe. Also für jede Farbe einen Pinsel. Und nicht auswaschen und wechseln muss. Ich benutze jetzt gerade Küchentuch, weil ich euch das zeigen will, wie sich das reinigt. Ansonsten würde ich einfach einen alten Lappen nehmen. Aber der ist halt jetzt bunt. Und hier sieht man es besser. Ich gehe ins Wasser rein. Und das Balzerholz macht jetzt das, was es machen soll. Seht ihr, die Farbe geht etwas raus. Aber die Farbe und das Wasser zieht sich auch ins Balzerhölzchen. Das will ich nicht. Ich will das rausnehmen. Und das sieht man besonders gut jetzt mit dem Küchentuch, wie schön ich das wieder rausnehmen kann. Wenn ich jetzt die Farben weiter benutze, so wie wir jetzt, dann muss ich nicht auswaschen. Aber am Ende des Arbeitstages. Und das wird sich nicht mehr ganz entfärben, weil das Holz an sich, die Fasern färben sich ja auch. Aber wenn das immer heller wird, ihr seht schon, dann ist es so gut wie sauber. Ja. Jetzt machen wir einmal noch ins Wasser rein. Jetzt versuche ich es vor allem wieder trocken zu bringen. Und ihr seht, so wird es Stück für Stück sauber. Okay. Jetzt ist es schön trocken wieder. Jetzt können wir es weiter benutzen. Das ist alles so eine Technik, die zum Experimentieren auch einlädt. Okay. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Buchstaben. Also, wie gesagt, ich fülle ein. Eine Seite orange. Dann gehe ich hier. Da ist es einfach praktisch, wenn ich zwei Pinsel habe und hier nicht rumtun muss. Und es beiseite legen muss. Ich zoome etwas ein. Okidoki. Moment. Jetzt stelle ich mal meine Farben zur Seite, damit ich euch hier das besser zeigen kann. Arbeitsblatt schaut es natürlich schon wieder aus. Also. Eins. Ich tanke nach. Einfach nochmal mit dem Pinsel drüber streifen. Gehe zurück und dann gehe ich runter. Mach den Querstrich. Jetzt sieht man, dass das Hölzchen feucht war. Es nimmt vorne mehr Farbe auf. Eins. Zwei. Wenn ich das jetzt feststelle, dann würde ich, wenn wir jetzt aufs gute Papier gehen, versuchen, den ersten auch schon mit mehr Farbe zu machen. Okay. Und dann noch einmal. Und, also ich streife mal ab. Jetzt setze ich gerade das Roten nur nochmal dazu. Und jetzt würde hier das V kommen. V habe ich jetzt im Einzug gemacht. Das heißt, links ist mehr Farbe, links ist, äh, rechts ist etwas weniger Farbe. Ich mag das, mag das gern, wenn das ein bisschen Spiel hat. Nochmal für alle. Moment. Okay. Orange. Und ihr seht dem Balzerhölzchen an, wie es immer weiter die Farbe nach innen zieht. Und Rot nochmal dazugeben. Wenn ihr denkt, das hat zu viel Farbe aufgesogen, dann könnt ihr auch hergehen. Wenn ihr es nicht so deckend haben wollt, tupft es einmal kurz ab und geht dann hin. Ich mache es eh einfach mal drunter. Das ist ja nur unser Probeblatt. Seht ihr? Jetzt habe ich weniger Farbe. Und jetzt zeige ich euch mal, wenn ich jetzt weiterziehe, heller, heller, heller. Also oben, das würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Das ist der Grund, warum ich dann eigentlich bei jedem Zug Farbe nachhole. Umso gleichmäßiger wird es. Okay. Genug geübt. Lasst uns auf unser gutes Papier gehen. Nächstes Blatt. Ich zeige euch nochmal unseren Plan. Wir schreiben Love jetzt in einem Block. L-O oben. V-E unten. Und wir fangen wohlgemut an. Ich nehme auf einmal rot zweite Farbe. Und dann habe ich mir vorbereitet. Tipp für euch. Ich habe hier mir mal meine vier Balzerholzbreiten auf ein extra Plättchen vorgezeichnet. Das lege ich hier hin. Weil oft verschätzt man sich dann, wenn man aufs weiße Papier geht. Und dann weiß ich, das L darf so groß sein. Okay. Und dann tanke ich nach. Zweiter Strich. Orange und Rot. Und dann gehe ich rechts unten hin. Ich nehme das Balzerhölzchen hochkant. Nicht vergessen, weil wir wollen keinen schlanken Fuß. Wir wollen einen fetten Fuß. Dann fürs O. Einmal. Und gerade wenn ich jetzt auch diesen Farbverlauf mache, dann mache ich das O in zwei flachen Zügen und versuche nicht dieses Kreis runterzumachen. Das wäre ein Riesenaufstand. Okay. Halt du passt auf. Und es schaut sehr schön fett zum anderen aus. Jetzt mache ich mal in einem Zug, weil hier ist es etwas leichter, mein L. Das will ich jetzt hier auch haben. Perfekt. Mein O. Und ich schließe das O auch nicht. Ich mag das, wenn das hier ein bisschen Spiel hat. Okay. So. Wenn ich meine Schablone habe, dann kann ich die auch hier wieder hinlegen, damit ich weiß, wie groß das V sein muss. Und dann tauche ich wieder in beide Farben ein. Jetzt hänge ich mir das V. Also ich gehe auf keinen Fall flach hier ans L hin. Das würde nicht gut ausschauen. Ich gehe leicht versetzt. Nehme das Balzerhölz etwas, damit es nur mit einer Spitze ans L stößt. Und mit einem leichten Schwung einmal. Jetzt bin ich mutig. Ich mache den zweiten Zug ohne nachzuholen. Und ich gehe runter bis auf den Stamm. Ja, okay. Seht ihr jetzt, wie dieser Strich optisch leichter ist? Jetzt hole ich auf jeden Fall Farbe nach, weil hier will ich einen schönen farbigen Strich haben. Also einen kräftig farbigen Strich, sagen wir mal so. Okidoki. Ich hole Farbe nach. So. Jetzt lehne ich mich ans V hin. Aber auch da, seht ihr, das berührt sich hier nur ganz zart. Hier gerade mal nicht, aber es ist eng dran. Und das E lehne ich jetzt auch wieder mit dem Rücken ans V. Eins. Und jetzt mache ich den untersten noch, ohne nachzuholen, aber für die zwei anderen Züge hole ich Farbe nach. Einmal orange. Ich zeige nochmal. Und die untere Hälfte mit, ups, ich sehe es gar nicht gescheit, mit Rot. Und dann gehe ich oben hin. Ne, ich mache erst die Mitte. Ich mache immer zuerst die Mitte, weil manchmal macht man den oberen, nehme ich dann zu niedrig und dann kommt man mit dem mittleren nicht hin. Ich gehe nahe an den Fuß hin. Und jetzt weiß ich, der Abstand zum oberen Zug muss hier ungefähr sein. Dann gehe ich nach links raus und mache das Köpfchen dazu. Und schon ist mein Love fertig. Jetzt lege ich, ich zeige es nochmal hier, warte, das gute Blatt wegnehmen, mein Wasserbecher. Ich lege das dann manchmal einfach ins Wasser rein. Und ihr seht schon, wie die Farbe aus dem Holz rausgeht. Und gleichzeitig zieht aber das Balzerholz auch wieder Farbe an. Und dann gehe ich hin und mit einem alten Geschirrtuch mache ich mein Balzerhölzchen sauber. Wenn ihr das sauber machen vergesst vor lauter Eifer, ist es auch nicht schlimm. Da färbt sich das Holz ein bisschen stärker. Aber ihr könnt die Tinte ja immer wieder anlösen, weil Tinte nicht wasserfest ist. Wieso muss man so oft nachholen? Probiert es mal aus. Die Sache ist die, die Farbe wandert, 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 wandert. Und ihr könnt nicht auf die Oberfläche massig Farbe aufbringen, das würde tropfen. Sie zieht es ja weg. Und für einen relativ langen Zug von vier Breiten zieht ihr lange und es lässt nach. Und dann gibt es nicht so viel ab, dass ihr nochmal einen deckenden Zug habt. Das ist das Grundprinzip von Feder und Tinte. Also als Kalligraf ist das für mich überhaupt kein Problem. Das mag für den einen oder anderen von euch ungewohnt sein. Aber der Rhythmus von Farbe immer wieder nachholen, der geht euch ins Blut über. Also das ist überhaupt kein Problem. Jetzt zeige ich euch nochmal unseren Plan, unser Projekt. Ich habe hier mein liebes Dunkelrot dazu kombiniert. Und dann brauchen wir das Linienblatt. Wo habe ich es denn? Und ich kann euch berichten zu eurer Beruhigung. Durch 120 Gramm Papier sieht man unser Linienblatt durch. Das ist kein Problem. Also nehme ich her, und jetzt seht ihr, ich zeige es euch nochmal, wir haben, dass das so einen guten Schriftblock miteinander gibt. Passt der Text super, denn is the flower drei Worte. You've got to let grow. Und dann machen wir hier noch an Raute und John Lennon drunter. Okay. Hier habe ich mein Love. Ich mache schön mein Linienblatt drunter. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier meinen ganzen Stapelblätter habe, das macht einen weicheren Untergrund. Ich habe hier ja eh schon das schwarze Papier, aber ich fühle mich wohler, wenn ich hier mehr Papier drunter habe. Okay. So. Jetzt zoome ich etwas ein. Und wenn ihr euer Love fertig gemacht habt, dann folgt mir jetzt einfach. Kallispitze. Und zwar, passt auf. Ich zeige euch jetzt nochmal an. Das ist ja die Schablone vom Kalli Brush. Das mache ich hier mal ans Eck. Meine vier Kalli Brush Breiten. Eins, zwei, drei, vier. Und auch da, wenn ich unsicher bin, lege ich mir das einfach hin. Ich fange jetzt Linienblatt richtig schön aus. Und dann sehe ich meine Schriftgrüße. Weil es ist verwirrend, wenn ihr das jetzt habt. Ihr wisst gar nicht, wie ihr anfangen sollt. Okay. Deswegen diese kleine Hilfsache. Ich lege mir die Schablone hin. IS ist so. Links ein kleines Köpfchen, rechts ein kleines Köpfchen. Das war es schon. Stift flach fürs S. Bögelchen, Bögelchen, kleines Köpfchen, kleines Füßchen. IS. Einmal, flach, 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 Köpfchen, flaue, F. Und es ist so angenehm, weil die Buchstaben sind immer in Familien. F ist mit E verwandt, mit H verwandt, mit T verwandt. L. Eine andere Familie sind die runden Buchstaben. Und dann machen wir den zweiten Zug dünn. Und dann erinnert euch. Fürs W. Dick. Auf die Spitze. Dünn. Dick. Dünn. Und dann lehne ich das E ans W. Dünn. 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 Ups. Das war ein bisschen kurz. Meine Schablone kann ich kurz wegtun. Flower. Köpfchen. Und Füßchen raus. Und wenn es das letzte Buchstabe in der Zeile ist, dann lasse ich das mal rausschweben. Klar. Crazy Paperland. Du machst einfach jetzt weiter mit und dann gemütlich das Video anschauen. Okay. You've got to. Nächste Zeile. Auch da. Kann ich runtergehen. Ich habe hier meine vier Stiftbreiten. Und dann mache ich das J. Äh, Quatsch. J. Y. Dick. Dünn. Fuß. Hier mache ich ein kleines Köpfchen hin. Links dick. Absetzen. Dünn hoch. U. Erste Hälfte dick. Zweite Hälfte dünn. Dünner Strich. V. Dick. Dünn. E. Dick. Dünn. 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 Unser wundervolles G. Halbes O. Einkringeln. Köpfchen. O. Dick. Dünn. 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 E können wir auch schon, dick, dünn und unser wundervolles G, Kringel, Köpfchen. Geht in einem Zug. R, dünner Fuß, O, dick, dünn und W, dick, dünn, dick, dünn. Okay, Text ist fertig. Und jetzt brauchen wir unser Balzerhützchen nochmal. Und ich kann euch zeigen, ich habe die Pinsel einfach drin gelassen und ich benutze sie schon die ganze Zeit. Das macht überhaupt nichts. Jetzt befüllen wir nochmal. Ich muss sie ein wenig aus dem Bild nehmen, sonst seht ihr von der Arbeit nichts. Es hat jetzt nicht ganz zentriert im Text geklappt. Das habe ich schon gesehen, als ich hier fertig war. Deswegen bin ich mit You've Got Two etwas nach links rausgegangen, damit es insgesamt wieder stimmt. Und jetzt setzen wir mittig drunter hier eine Raute. Und wir befüllen unseren, das ist nicht das richtige Balzerhützchen, das ist das richtige Balzerhützchen, mit halb orange, das reicht schon, und halb rot. Okay, und dann gehen wir mutig hin und setzen, ich schwebe ein von oben und schwebe nach unten aus. Das haben wir ja schon öfters gemacht. Auch diese kleine Raute hat dann einen schönen Farbverlauf. Und dann könnt ihr, ich habe es auf unserer Vorlage mit meinem feinen Füller geschrieben, oder, John Lennon wollen wir ja noch drunter schreiben. Dann nehme ich jetzt mal Calibrush in Grau. Wenn ich den Autor weiß, schreibe ich dem Autor ganz oft auch drunter. Und bei John Lennon, John Lennon ist er Held. Und da ist es eigentlich ganz klar, dass wir den nennen als Autoren. Und da kann ich auch auf die Spitze gehen von dem Calibrush ohne viel Druck und mache einfach Blockbuchstaben in Minigröße. So, jetzt schaut mal, so sieht es dann aus. Beide Blockschriften für sich sind wirklich simpel zu machen, aber mit dem Farbverlauf und die Kombination der beiden Schriften ergibt einfach ein gutes Projekt. Auch da bin ich wieder gespannt, was ihr produziert. Ich zeige euch mal, was ich zu dem Thema noch so gemacht habe. Ich probiere dann immer allerhand aus. Hier habe ich einen Entwurf, das war mein erster Entwurf. Aber der war mir dann zu simpel. Bei mir hat es jetzt gerade unterbrochen gehabt. Also Querformat, Love. Und das ist hier jetzt mal das fette O. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und der Text in der kleinen Blockschrift drunter, je Zeilenunterteilung, habe ich immer kleine Rauten dazu gemacht. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann weiß ich genau, dass es einige von euch in den Fingern juckt. Ich bin immer der Meinung, Love ist hier erstens mal das wichtige Wort. Das will ich groß, fett und farbig haben. Aber ich weiß, dass es einige von euch juckt in den Fingern. Wenn ihr lest, ist the flower, in irgendeiner Form Blumen hinzumachen. Deshalb will ich nicht so sein. Schaut, welche Idee ich noch gehabt habe. Love mit Blüte. Und ich sehe gerade, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Deswegen lasst uns das mal schreiben. Das ist jetzt ein Farbverlauf von Pink und Rot. Das hat mir auch gut gefallen. Deswegen lasst uns das ausprobieren. Ich nehme mal das Pink dazu. Jetzt muss ich meinen Pinsel kurz auswaschen. Und dann nehme ich mal, ich wechsle mal das Papier, was ich hier noch im Angebot habe. Ups, wo habe ich es? Hier ist ein Aquarellpapier. Das Problem ist, ich kann euch jetzt nur schlecht den Unterschied zeigen. Mal schauen, ob man das, vermutlich nicht. Der Unterschied ist, nee, im Streiflicht. Das Aquarellpapier ist etwas schwerer und etwas rauer. Man sieht es vielleicht im Zug, sieht man es hier auf der Farbe. Nee, nicht wirklich. Aber Aquarellpapier ist ein guter Tipp, wer sowas daheim hat. Der andere wichtige Tipp ist, ein etwas dickeres Papier, wenn ihr, und ihr wisst es ja jetzt, mit viel Farbe und dem Balzerholz arbeitet. Okay? So. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier überhaupt hochformate. Das ist immer besser, wenn ich es euch zeige. So, ich habe hier mein Balzerhölzchen. Jetzt habe ich schnell mal überprüft, ob es sauber ist. Es sieht gut aus, wir werden das Gleiche wissen. Der Pinsel ist hoffentlich auch sauber. Yes. Was habe ich hier? Hier ist es pink links, rechts das rot. Okay. Ich fülle, wie gehabt, links mit pink. Und dann einen Hauch rot dazu. Und dann L. Jetzt tanke ich direkt nochmal nach, weil ich finde es jetzt fast ein bisschen blass. Aber egal. Ich will es jetzt mal durchziehen, damit ich euch das mit der Blume zeigen kann, weil dafür habe ich nämlich das breite Balzerholz benutzt. Ich mache jetzt erst meine Buchstaben. Ich hole mir wieder Farbe nach. V. Jetzt gehe ich mit einer guten Lücke nach rechts. Und ihr seht oben schon, es macht nichts, wenn die dann ineinander laufen. Und übrigens, genau, mein Balzerholz ist nicht schmutzig. Ich habe heute ein neues angefangen. Aber, wenn ihr pink und rot habt, wenn ihr pink mit rot benutzt, dann gibt es in der Mitte einen violetten Strich. Das ist das, was die beiden Farben miteinander tun. Und ich weiß nicht, warum. Weil es ist rot und pink gibt eigentlich kein Violett. Das sind irgendwelche Blauanteile. Das ist ganz interessant. Warte dich zu mal ein, damit ihr das seht. Seht ihr, dass sich hier extra Striche gibt? Das ist ungewollt und das entsteht nur bei der Mischung zwischen pink und rot. Habe ich heute Nachmittag festgestellt. Ist interessant. So, das E noch. Eins. Jetzt machen wir mal einen noch im direkten Zug. Zwei. Jetzt holen wir auf jeden Fall nach. Rot nochmal. Erst den Mittelstrich. Und den ziehe ich nicht aus dem Rücken raus, weil ich den Effekt nicht kaputt machen will. Und dann setze ich von links nach rechts das Köpfchen drauf. Okay. Und für die Blume nehme ich nämlich jetzt das breitere Balzerholz, weil diese mit dem schmalen wird es nur eine kleine Blume geben und ich will eine größere Blume haben. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal nur pink und ich befülle das breite Balzerholz, selbes Prinzip, mit der Tinte. Pinsel zurück, jetzt hat es hier schon getropft. Und dann nehme ich das Balzerhölzchen und ich visiere hier die Mitte an. Und dann gehe ich, kann ich erstmal mit dem rechten, bin ich eigentlich gut im Bild, ja, mit der rechten Spitze gehe ich mal hier in den Mittelpunkt und dann gehe ich Schritt für Schritt und manchmal ziehe ich ein bisschen und dann drücke ich nur und dann ziehe ich und dann drücke ich und wenn mir der Arm abknickt, setze ich kurz mal ab. Und dann seht ihr, es ist hier wie ein Fächer. Ich hole mir nochmal Farbe nach. Und dann ist es wichtig, dass ihr hier in der Mitte wieder abend setzt, ziemlich genau. Ich drehe jetzt mal das Blatt, ihr könntet jetzt das Blatt um 180 Grad drehen, aber es geht so auch. Schön mit der linken Spitze in der Mitte bleiben. Und jetzt gehe ich mal mit dem Arm ein bisschen rum und gehe hier noch runter. Und fertig ist die Blume. Das passt natürlich gut, wenn der Text ist, love is the flower you've got to let grow. Okay, das ist klar, von daher passt es sehr gut. Und drunter wieder der Text mit den kleinen Blockbuchstaben. Das wäre mein Tipp für euch. Wir müssen aufhören, aber ihr seht schon, ich habe eure Spielwiese erweitert um zwei Alphabete, um ein neues Werkzeug. Mit dem Balzholz, es gibt jede Menge zu tun. Ich bin wieder gespannt, was von euch auftauchen wird auf Instagram. Bitte postet wieder eure Arbeiten unter Hashtag Kali Brush, würde ich mal sagen, weil wir ja Kali Brush benutzt haben. Wir sind schon gespannt, mein liebes Team bei Online und ich, was ihr so produziert. Wir treffen uns nächste Woche wieder am 12. Juni und ich habe mir was überlegt für euch. Nämlich, so ist es, wir machen, was ich nenne, ein komplexes Design. Nein, ich zeige euch ganz kurz was. Es ist noch nicht das Design für nächsten Freitag, sondern, jetzt zoome ich ein bisschen aus, komplexes Design heißt, was mit einem Kreis. Da wäre ein Zirkel oder eine Tasse oder ein Glas ganz gut mit Banner und mit gezeichneten Buchstaben haben, wie bis jetzt noch nicht gemacht. Hallo, viele Grüße aus dem Süden. So was will ich machen, das ist das Original-Design für eine Kundenarbeit, die ich dieses Jahr auf eine riesige Leinwand gemacht habe. Und ich habe mir das jetzt mal wieder in die Hände gefallen und ich dachte mir, das könnten wir mit Kali Brush sehr gut machen. Und da können wir gut für Schritt und Schritt durchgehen und die gezeichneten Buchstaben machen. Deshalb freut euch auf nächste Woche klassisches Handlettering, nachdem wir hier toll mit Farben gespielt haben. und dem Balzerholz für viele von euch vielleicht neu. Deswegen, macht was Schönes, ihr habt die ganze Woche Zeit. Ich will wieder was sehen. Ich freue mich schon und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. 12. Juni, 17 Uhr, Online Germany. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao. Danke euch. Danke euch.